Es gibt hier einen Menschen, einen Menschen in München, den ich seit sehr, sehr vielen Jahren bewundere. Ich war und bin ein Riesenfan von ihm. Das reicht in erster Linie natürlich hier. Und kurz um Ahnung, vor meiner Zeit gab es einen unglaublich tollen Menschen hier am Mikrofon. Diesen Menschen habe ich unglaublich viel zu verhangen gehabt, unglaublich geile Songs geschrieben. Affengeil performt, ich habe diesen Mann einfach nur lieb. Wir sind eigentlich... Das war gar nichts, einen Riesenapplaus für den Ege bitte. Ich gebe dem Helge jetzt das Riesenkoll, also ich würde ihm viel zu erzählen. Ich bin ein Riesenkoll. Komm mal hier, ich bin ein Riesenkoll. Ich bin ein Riesenkoll. Ses. Also noch weiter her. Ich muss auch sagen, den nächsten Song habe ich jetzt seit sieben Jahren nicht mit ihm gesungen. Nach dem Song, der scheißegal ist. Okay, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Er merkt mich einfach. Einmal noch. Scheißegal, scheißegal. Einmal noch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.